Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu Let's Play, The Legend of Dragoon. So, was ist schon ein etwas, was die Linken erzählt hat, seit ich jetzt angefasst habe, sozusagen. Und ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich die Zusätze noch richtig kann, als wir es teilen. Keine Ahnung. Ähm, kurze Bestandesaufnahme. Gut, Krongel, da. Dragonsbird, da. Ähm, ja. Ja, Leute geheilt. Ähm, blub, blub, blub. Ich würde sagen, wir treten den Rückzugang, also gehen wieder zurück. Ja, 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 ja. Finde ich gar nicht mal so schlecht mehr. Oh Gott, und die Stimmen wieder. Das wäre lustig, ich will es jetzt kommen. Oh ja. Na ja, es wird kein Kampf, da muss die Stimmen nachsprechen. Hahaha. Hahaha. Okay. Was haben wir da? Ein Besserker und ein Ferkel. Ein Ferkel. So, so. Na also, komm mal, zeig mal, was du kannst. Erstmal frest. U Colette! Wum! Wum! Das ist neul, sich schade. Popsalat. War schon viel. Na, also, immer so, dass es nicht so, dass es eigentlich immer zu stark ist. Doch also, ja. Er ist zu stark. Aber diese Berserker fressen extrem viel Schaden, dafür teilen sie auch sehr viel Schaden aus. Und das, was ihr gerade gesehen habt, war der Ansatz zu Dorts Berserker. Einen neuen Zusatz, den wir bekommen haben das letzte Mal. Und das genommen, dann macht mal Schutz und kann da noch seinen Berserker vorführen. Oder auch nicht. Je nachdem wie ihr gerade Laune habt, weder manchmal noch neulich und wir nicht. Das ist voll zu. Also, wenn ich so vergleiche, mein, der Status meiner Charaktere hier und den, den ich das letzte Mal auch da ist, den Endboss besiegt habe. Also, ich würde sagen, jetzt bin ich schon mal stärker. Na gut, nicht vom Level her, aber vom Dragon Valley her. Ich hatte nur D.O.V. und die anderen auf 4 und 3. Also, ich werde KEINE Probleme mit dem Endboss haben. Ich freue mich. Wie geht es dir noch? Komol, du vermisst dich an dem Bessererker? Naja, Komol ist ein sehr starker Charakter, aber leider auch ein sehr langsamer. Ja. Okay, dann habe ich verpasst, aber 400 Schaden, bis 400 Schaden, ne? Weil, was wir tun? Ja. Funktionärer! Wir werden einen sehr starken Charakter. Ja. Okay. Ich denke, ich habe ein granulierer. Und ich werde mich auch davon sagen, das hat mir keiner gewonnen. Das ist eigentlich ein tableau. Und ich werde mich auch nie wie das machen. malgré dasxt. 65 definitely fix it. Es ma, es ist ein Fными. Es steht auch jemandyscheidung. Eine Gannotspur. Und nur wie eineließer. Einsprüche, ich losz. Ich könnte das machen. Wie steht es eigentlich noch? Zusätzlich? Äh, von Haschel. Hm, mehr Raum. Also ja, Besserke, der muss noch... Ja. So ein Bellerraum. Shana, der Mondfangst. Der könnte noch die Gatterhobe. Ah, okay. Haschel, du kannst gewinnen. Blumensturm. Noch fünfmal. Ja, das wäre auch noch schnell. Das ist sehr schön. Ich glaube, Albert wird Haschels Platz einnehmen. Also zuerst. Äh, Haschel. Was ist denn Haschel? Haschel, Haschel, Haschel. Haschel, Haschel. Das ist das. Und das. Und das. Räuberigen. Und das. Gut. Also. Absetzen. So. Passt. Alles gut. Ah. Warum kann man hier nicht einfach runterladen? Und dann irgendwie landen. Ganz einfach. Das wäre doch schön. Sehr schnellste Weg. Na. Kaum bin ich auf der Plattform. Oder beziehungsweise von der Plattform runter. Kommt gleich wieder ein. Kommt. Ich sehe es kommen. Na. Hier habe ich noch Zusätze gehört. In diesem Gebiet. Bin ich einfach kurz hoch und runter gefahren. Hab das noch mit dem Zeitraffer. Ein bisschen schneller. Kann ich hier runter. Sieht so aus. Sieht gut aus. Jo. Jo. Und ja. Damit hat. Denn. Es gibt da. Einen Gegner. Vielleicht. Kommt er gleich. Da laufen wir nochmal. Dieser. Bommel. Ja genau. Der in der Mitte. Der macht da dieses physische Stinkbums. Da ist er wegen physischem Scham. Physischem Scham. Immun. Dieser Spinnlinger. Und das. Ist doch. Ja. Extrem praktisch. Man so. Die Zusätze. Au. Das kleine Küchen. Hat aufs Maul bekommen. Oh ja. 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 Ach. 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 Naja. Es gibt's. Ich werde jetzt mehr schauen. Warte. Ich werde mich nicht verschwören. Ah. Zusatz. Ich wollte sie eigentlich trainieren. Eigentlich. Ups. Na. Ja. Das ist er gegen physischen und glaube auch magischen Angriff. Immun. Das heißt. Das könnte. Äh. Ah. Ich hasse diese Stimme. So kann man. Hack. Swillpunzern. Oder eben. Zusatz. Und der Gegner ist einfach. Sozusagen. Länger da. Ja. Du kannst es vor allem mal. Ja. Da. the way. Aber vielleicht schon bis jetzt. Wird noch korporiert. Nein. Du willst nicht kommen. Äh. Du willst nicht kommen. Komm. Okay. Änderung auf die Haut. ja auch ja ja nein okay aber es kommt langsam wieder Oh, okay, ist kein Ohm? Ähm, Taxi? Danke sehr. Aber für diese Lavaschigkeit gibt es kein Trink. Nein, 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 nein. So, aber jetzt nicht mehr. Jetzt geht es uns erst recht rüber und wieder einen Schluck trinken. Sehr elegant, sehr elegant. Brauchst du da? Nein, ich meine auch nicht. Hm, dort links könnte ich neue Leute heilen, aber will ich das? Hm, diesen Umweg will ich nicht in Kauf nehmen. Ach, die, was sind das wieder? Vampir-Dings? Chilampir oder sonst so? Ach, die, was ist das wieder? Oh, rüber, so los. Das war's. Mördervogel, genau, Mördervogel. Das war's. Aua... 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 Man merkt es vielleicht, die Leute, also meine Partie ist in dieses Gebiet schon ein bisschen zu stark.